Ey, das mit der Augenklappe kommen wild, sag ich ehrlich. Das kommt echt wild. Okay. Guck mal, da oben. Was ist das? Also, erzähl mir über Daniel. Was ist er denn? Äh... Well, er ist definitiv... ...spechal. Ich hoffe so. Er ist dein Bruder, oder? Heads up. Ist das er? Ja. Warte hier. Okay. Ich bin gespannt. Sean! Juni, er sieht ganz anders aus. Jake, ich bin nicht schuld. Aber du musst alles erklären. Ich weiß nicht mehr, woanders zu gehen. Ich habe den Daniel zurückgekommen, das Nacht. Er war in Schock oder so. Dann habe ich all diese Sirens und... Ich habe Angst. Ich habe ein paar Sachen, ich habe ein Blanket aus deiner Tent und wir sind zusammengekommen. Ich habe auch das Geld, du hast auf der Farbe gemacht. Es ist in meinem Auto. Du hast recht, Jake. Danke. Du hast keine Ahnung, was er sah wie, als ich ihn die Nacht gefunden habe, Sean. Er war in schlechtem Form, mit einem Schraubschluss, und alles bei ihm selbst. Ich konnte ihn einfach da nicht verlassen. Also bist du hierher zurück, was ist mit den anderen? Was über die anderen? Hannah, Penny, was hat mit ihnen passiert? Sie gingen nach Merrill, als sie herausgefunden haben, dass Finn und Cass weg waren. Das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Ich habe sie gesehen. Dann, auf der Weg raus hier, Daniel hat mich mehr erzählt, was er passiert. Wie... er schuldig war. Der Blast. Daniel fühlt sich, dass er sich für was er getan hat. Ich muss ihn nach ihm kommen, Jacob. Er ist nicht schuldig von nichts. Ich sollte ihn besser beschützen. Ich sage dir, dass du mit der Reverend Mutter bemerkst. Sie hat ihre ganze Leben für jemanden wie Daniel erwartet. Der Reverend weiß, wie man die Menschen manipulieren. Sie ist gut an das. Er will, dass sie mit ihr bleiben. Daniel hat jetzt faith in den Reverend. Äh, du hast nichts getan, ich habe keine Angst vor ihr. Ja. Ey, das ist da oben, da stimmt irgendwas nicht mit. Okay. 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 Ich habe mich auf den Weg, wenn es alles geht. Sean, bleiben Sie in Milwaukee. Das ist ein Plan. Einmal noch. Ich... Wir müssen auch mit meiner Frau, Sarah Lee. Wir müssen auch mit meiner Frau, Sarah Lee. Wirklich, Jacob? Komm schon, Mann. Sie ist mit deinen Eltern. Ich weiß. Bitte, hör mal, Sean. Sie ist nicht sicher hier. Sie ist schuldig. Sie ist schuldig. Sie glauben, alles was sagt. Sie glauben, sie sagen. Sie sagen, sie wird mit Sarah und mit dem Wurzeln. Ich weiß, du wirst du wirst. Genau, Jake. Wir brauchen Hilfe, Sean. Okay, Jake, ich höre. Ich höre. Ich höre. Sie wissen, was ist mit Sarah Lee. Wir müssen sie finden, unsere Rekord. Wir müssen sie in der eigenen Haus. Wir müssen in ihre Aufnahme. Digger, was ist das da im Himmel? Bruder, das ist doch nicht aus Spaß. Es fällt doch auch übel auf. Was hat das zu bedeuten? Das ist doch... Äh? Bro, das ist doch... Als ob das einfach nur so ein random Vogelschwarm ist. Der bewegt sich dafür viel zu komisch und ist dafür viel zu lange an diesem Ort. Aber es ist sehr, sehr krass. Man, sowas ist so fahrlässig, man. Der Meinung zu sein, aufgrund von irgendwelchen Fähigkeiten oder sonst was, dass man gewisse Krankheiten heilen kann, Bruder. Ey, dass Leute sowas wirklich durchziehen, ist so crazy. Ohne Witz. Das ist so crazy. Boah. Krank. Wirklich krank. Okay, der Dude darf uns auf jeden Fall nicht sehen, Alter. Der hat uns ja schon mit einer Waffe gedroht fürs nächste Mal. Digger. Okay, auf geht's, man. Ich hätte so Bock mal wieder irgendwas mit einer Walkie-Talkie zu machen. In und aus, alles klar. War da nicht der Dude? Du bist sicher, dass Lizbeth die Fähigkeiten auf deiner Freundin hat? Schau mal, Sean. Es gibt Leute direkt außen. Sie weiß, wie man zu kämpfen kann, okay? Oh, shit. Wie viele? Nur drei. Ein Mann mit seinem Kind auf einer Seite. Und eine Frau allein auf der anderen Seite. Okay, soll ich den jetzt einfach hinterher? Ich soll doch hier nicht mehr aufs Grundstück, bro. Fühlt sich gerade gar nicht gut an. So, did you grow up out of here? No, in another community back east. When Lizbeth came out here to start Haven Point, my folks followed her and brought me along. Hm. Ich check's gerade nicht, es sind überall Leute. Kind of. Eight-year-olds don't want to go to church all day. Worüber reden wir hier gerade? Hallo? Karen. Everything all right? Yeah. Don't worry about me. I found the best hiding spot. The view is kind of great. Cool. Be careful, though. You never know. Thanks, Sean. Hey, ich... Ich dachte, ich soll nicht gesehen werden. Ich bin verwirrt. Ich bin eindeutig verwirrt. Sag ich ehrlich. Schnicken wir einfach jetzt einmal hier hinten lang. Einfach, weil ich so gefühlt habe, dass es so richtig ist. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Aber gut. Auf jeden Fall hätte ich richtig Bock mal wieder irgendwas mit einem Walkie-Talkie zu machen, was ich eben schon meinte. Und ich war irgendwo auf einem Umzug oder auf keine Ahnung, warum ich da war. Da waren viele Leute, die ich nicht kannte. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo das war. Und die hatten da auch Walkie-Talkies. Das war beim Geburtstag vom Kumpel in der Schweiz. Und die hatten da auch Walkie-Talkies am Start. Und das war so cool. Weil wir haben da extra so eine Skihütte gemietet. Und die war groß. Viele Leute haben da gechillt und so weiter und so fort. Und irgendwie haben die am ersten Tag da mit Walkie-Talkies rumgespielt. Und ich war so Diggi, wie nice, dass sie Walkie-Talkies haben. Und ich glaube, die haben sie benutzt, als sie auch mal Schiefbisse waren. Okay, na gut. Dann haben wir wirklich Glück. Can't believe Daniel really lives in this depressing house. Oh, we did it. Now we have a little bit more time. Yes, we do. Nice work. So where are the files? Right there, in our office. Of course it's locked. Her open-door-Speech is just another lie. We gotta find a way in. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's... Too cautious not to have a spare set around. Okay, was machen wir jetzt? Gucken wir uns jetzt um, oder nicht? Whoa. Damn. This is so... Artless. Are you okay, Jake? Yeah. Yeah, no. It's just so full of memories and stuff. Hm. Lisbeth sure likes to be on pictures. Okay. Ouch. Evening here must be so much fun. Bleh. Jetzt haben wir hier noch ein Buch. Confide and convince. Anvertrauen und überzeugen. 15 Steps to a good speech. Yeah. Nice read for a saleswoman. Ja, okay. So, Aufgabenliste. Whoa. This place is worse than Army Camp. So, Reinheit folgt gleich auf Frömmigkeit. Daniels Haushaltspflichten. Jeden Morgen das Bett machen. Geschirr nach jedem Mal spülen. Jede Woche den Flur und das Zimmer saugen. Montags den Müll rausbringen. Alle zwei Tage Haare waschen. Mit der Sonntagswäsche helfen. Jeden Tag dankbar sein. Schön. Er muss sich auch irgendwie wohlfühlen. So, was haben wir hier noch für Papiere? The Moat and the Bean. Hausarztpraxis. Neuer Morgen. Dr. John Robert. Patientenname Lisbeth Fischer. Verschreibung Antibiotika für Hefepilzinfektionen. 250 Milligramm zweimal täglich. Antibiotika für Stress. Dysphorie. Einmal täglich. 0,5 Gramm. Nachfühlen erlaubt. Unterschrift des Arztes. Dr. John Robert. Okay. Da kommen wir nicht rein. Wir gucken uns weiter um. Was haben wir hier noch so? Ganz entspannt. Ganz ruhig wie wir sind. Sehen ruhig wie immer. Das ist ein viel Päden. Sondern für jemanden, der nicht in die Wissenschaft glaubt. Daniels Haarcut macht jetzt viel mehr Sinn. Oh Mann, Alter. Schöner self-made Haarcut. Ich feier die Augenklappe, Mann. Nicht, dass ich selber so eine haben wollen würde. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Religiöse Ikone. Das ist die Frage. Nichts hier. Hat sie Daniel, wie das spielen? Wow. Oh, okay, warte mal. Äh, von Michael Bloom an Lisbeth Fischer gesendet. Sehr geehrte Pastorin Fischer, Michael Bloom hier. Ich weiß, es ist lange her, seit wir uns unterhalten haben und dass unser letztes Gespräch nicht unbeschwert war. Trotz unserer Differenzen wussten wir alle, dass sie eine ernstzunehmende Gläubige sind. Niemand war überrascht, dass ihre Worte und Taten so viele Leute berührten. Ich hoffe, dass sie mir glauben, wenn ich sage, dass wir alle stolz auf sie sind. Doch es tut uns leid und wir schämen uns, dass wir sie gebeten haben, die Kirche zu verlassen, ohne die Macht ihres Glaubens zu verstehen. Wie wir uns in Erinnerung rufen müssen, können viele Lektionen sein. Sehr stolze Diakone sollten durch die Weisheit des Herrn Demut erfahren. Wir hoffen, dass sie uns vergeben können und wir würden uns geehrt fühlen, wenn sie uns einen Besuch abstatten würden. Wann immer es ihnen passt. Gott segne sie, Michael. Hat sie jetzt gesagt, so, ja, hier. Seht zu, ich habe ein Wunder gefunden, oder was? Warte mal, können wir Karen antrunken? Ne, es geht sowieso nicht. Ich dachte, weil wir jetzt hier drin sind. Sean, ist alles okay in there? Ah. Yes. Wir versuchen, sie in ihren Büro zu kommen. Sie hat es abgeholt, also... Es muss da sein. Okay, ich werde dir wissen, ob ich etwas ungewöhnlich sehe. Ich habe es. So, nächste Schublade. Ich sehe nichts von Interesse. Äh, Zeitung. Sie ist sicher, sie mag, zu sehen, zu ihren eigenen Erfolg zu sehen. Okay, frühere Pastoren der Kirche des Auferstehens gründet Havenpoint. Havenpoint-Kirche findet vermehrt Zuspruch. Okay. Was eine große fucking Familie-Portrait. Digger. Wild, wild, wild. So, wir haben noch zwei Schubladen hier. Mal schauen, ob wir hier erfolgreich sind. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Komm schon. Okay. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Gut. Lass es versuchen. Digga, warum hat er das Headset so random, äh, das Walkie-Talkie so random? Oh, shit. Es sieht, wie die reverende Mutter hat diese Lieder bevor, Jake. Oh, okay. Jacob, danke, dass du mir von Daniel erzählt hast. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Havenpoint. Bitte sag Daniel, ohne dass du ihm oder dir Schwierigkeiten einhandelst, dass seine Familie nicht vergessen hat. Ich weiß nicht, wo Sean ist, aber ich hoffe, auch ihn zu finden. Ich hoffe, das Beste für dich und falls du irgendwas brauchst, zöger nicht mich um Hilfe zu bitten. Ich bin hier. Pass auf dich auf, Karen. Aha. Aha. Der Brief ist nie bei ihm gelandet. Okay. Warte mal. So, Wunder. Woher kommen sie? Was bedeuten sie? Crazy. Crazy. Okay. What the? She's completely obsessed with his power. Daniel ist müde, nachdem er seine Gabe eingesetzt hat. Nichts gibt ihm danach Energie. Neuer Speiseplan? Er handelt eigenständig. Die Schrift treibt ihn nicht an. Mehr Gebete, mehr Lernen. Daniel schmolte heute nach dem Unterricht. Wer seine Route schont, der hasst seinen Sohn. Noch nicht. Muss Gnade zeigen. Auf den Herrn vertrauen. Okay. Okay. Ich habe geweint, als ich die Wunder sah. Das Kind muss ein Gefäß sein. Was wird er uns bringen und wann? Oh Mann, ey. Okay. Okay, dann lass es uns versuchen. Was haben wir hier für einen Raum oder für eine Tür? Ist das auch das Büro oder ist es was anderes? Ja, lass uns erst mal direkt in den Schrank gucken, wenn wir schon davor stehen. Luschen wir mal rein. Daniels Pullover. Ah, nice. Okay, das ist gut, dass wir den mitgenommen haben. Ich wollte gerade sagen, sonst ist hier nicht viel drin, oder? Das nehmen wir auch mit. Scheiß lassen wir doch nicht hier. Was heißt denn Scheiß? Warte, nein, das ist kein Scheiß. Äh, scheiß, so weiß ich das nicht. Ach, fuck, Digger. So weiß ich das nicht. Er sieht glücklich. Fuck. Ich kann nicht glauben, dass ich es erinnahe. Hat sie ihn verletzt, um das zu tun? Warum hat er all das akzeptiert? Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Offenbarung 319. Liebster Daniel, ich weiß, dass du dies vielleicht nie liest, aber ich musste dir schreiben, nachdem ich letzte Woche deinen Heiligen Geist miterleben durfte. Ich bin eine Sünderin. Ich bin seit Jahren nicht in die Kirche gegangen, doch ich hörte von meinem Nachbarn eine Geschichte über Elisabeth Fisch und deine Wunder. Ich konnte fühlen, wie der Herr mir zuflüsterte und so erfuhr ich den ganzen Weg von Truckee nach Haven Point. Als ich dein Engelsgesicht sah, wusste ich, dass mein Glaube zurück war. Du hast uns gezeigt, dass Gott lebt und durch Daniel wirkt. Du hast das Kreuz erhoben, genau wie er Jesus erhob. Ich habe meinen Glauben wiedergefunden und bin stärker denn je. Du wurdest gesandt, um zu beweisen, dass Gottes Liebe echt ist. Ich spare Geld, um dich erneut zu sehen und bete, dass ich für immer dienen kann. Deine Dienerin, Laurie Conway. PS, falls du reden möchtest, hier ist meine Nummer. Falls er reden möchte, so. Nicht, falls sie reden möchte, sondern falls er reden möchte, so. Was ist das? Daniel Fischer? Oh nein. Oh, das ist total Bullshit. Okay. Und schrecklich. Okay, Name Daniel Fischer, ein Kind, 10 Dollar. Warte. Nee, warte, ein Mann. Ach so. Ah, Elisabeth Fischer, Daniel Fischer, auch den mäßig. Oh, wow, Digga. Oh, wow. Wow, Bro. Das ist auf so vielen Wegen krach, höchlich. Das ist auf so vielen Wegen krach, höchlich. Shit, man. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie auf die Reihe. Dass wir ihn da rauskriegen. They're so cute. Okay. Und Sarah da auch rauskriegt. So much for a hot dog, man. Das Buch des Propheten Daniel, Kapitel 7. Ich, Daniel, war entsetzt und dies Gesicht erschreckte mich. Okay. Und ich ging zu einem von denen, die da standen und bat ihn, dass er mir über das alles genaueres berichtet. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden gekommen, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Okay, dann lass uns mal... Ist das hier wahrscheinlich die andere Tür zum Büro, oder? Okay, die auf jeden Fall nicht. Müssen wir doch von der anderen Seite ran. Digga. Wie Jacob sich aber auch umguckt. Wir checken hier alles ganz genau aus. Okay, dann lass uns mal jetzt den Schlüssel ausprobieren. Ja, das klappt auf jeden Fall. Sonst würde Jacob nicht plötzlich aus dem Schrank sich neben uns teleportieren. Yes, that's the one. Ah, perfekt. Whoa. Is this her personal archive or something? Yeah. She keeps track of everything in here. Stuff about my sister must be in this one. Okay, I've got something. Must be what you're looking for. Damn. She has pneumonia? And for what I get, Lizbeth knows damn well she needs medical treatment. That's criminal. She's insane. Look, she has a file on you, too. You can take a peek. And see how she really treats her flock. Man. What's all this? Were you, like, sick? Conversion therapy? Did they... Wanted to cure you from being... Pretty much. I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak. Wow. A sinner. Wow. Wow. Hast du's deinen Eltern gesagt? Weggelaufen? Fuck, I don't know. Didn't you... Tell your parents? You kidding? They wanted her to do that. Mom and Dad thought I had a demon inside. So did I. Wow. Shit. I really did believe I was a sinner. So I thought I had to atone for my sins. Oh, Bruder, das macht nicht so aggressiv. Wie ist das gelaufen? Welche Sünden? And, uh... How did that go? Not good. I just prayed all the time. and stopped hanging out with boys. Wow. Girls. Everybody. I got depressed. Paranoid. Damn, Jake. After a few years, I was in a really bad place. Offensichtlich, klar. I tried to hurt myself. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Elizabeth does believe in all of this stuff. I had no clue about your life here. I'm... I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just so blown away when I saw what he could do. It was like a real miracle. I thought I'd... I'd found my faith again. Instead, I... I just heard him. Naja, es ist alles gut, man. Du hast es nicht gewusst, dann wegen wie er ist gerade. Then let's make things right. We just have to get Daniel out of here. I hope so. And I'll get my sister to a hospital. Have her treated. I hope they'll help her. I hope so. Yeah, aber das mit dem Geld ist auch so random. Wäre doch gerade gar nicht gesagt, dass er Geld braucht. Sie hat eine Lungenentzündung, oder nicht? Oh, das tut mir jetzt wohl leid. What's up? You got company. That dog who works for Elizabeth. He's just holding some files. Doesn't seem to be on you. This guy is dangerous, Sean. Hey. Trust me. I have a good plan to get him out of your way. He'll give you more time. Just give me the word. Äh. Yeah. See what you can do. I will get ready. Sean. Ich hoffe, sie hat wirklich einen guten Plan. Sean. Ich hoffe, sie hat wirklich einen guten Plan. Scheiße. Er sagt doch, dass er gefährlich ist. Oh mein Gott. 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 Ja, wo denn, Digga? Mann, wenn er uns hier findet, sind wir verabschiedet. Geht die Tür auf? Geht's von der Seite auf? Ey, Bro, wo sollen wir uns verstecken? Schrank zu. Hä, soll ich hier raus aus dem Raum, oder was? Warte, das... Warte, hat sich gerade den Schrank aufgemacht? Och, Bro. Cool, dass ich da alleine reingebe, oder? Irgendwann. Wo ist Jake? Oh, shit, Digga, das mit der Mom, das tut mir gerade so leid, fuck. Nicht, dass ihr jetzt das passiert, Mann. Sie hat einen guten Plan, wir vertrauen ihr. Better tell Elizabeth about this. All right, let's see. Oder wie random. Ich stehe mir vor, ihr steckt echt irgendwo mal so in einem Schrank. What the fuck is going on? Oh, was macht sie? Ach du Scheiße, was hat sie da draußen gemacht? Sean, do you think it's gotta be Karen? Oh, he's gone. Aber womit? Let's get out of here. Okay, 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 schnell, 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 schnell. Man, that was crazy. I really thought he was gonna catch us. The guy's leaving. Looks like my diversion worked out. Was hat sie gemacht? Yeah. Nice job. So, lass uns trotzdem hier nochmal ein bisschen umschauen, was finden wir hier noch? Was gibt's hier noch? How can she ignore that? Sehr geehrte Pastorin Fischer, ich hoffe, dass sie mir für das, was sich... was sich wie ein Eingriff in ihre Kirche und ihren Glauben... anfühlen muss, vergeben. Doch ich habe großen Respekt für das, was sie über das letzte Jahrzehnt hinweg aufgebaut haben. Ich habe keinen Zweifel, dass der Herr sie aus einem guten Grund erwählt hat. Ich bin seit langem ein persönlicher Freund der Hackermans, darunter auch ihre liebe Tochter, die seit langem an einer Krankheit leidet. Zum Glück ist medizinische Hilfe verfügbar. Diese hat ihre Familie allerdings aufgrund ihres Ratschlags abgelehnt. Sie sehen ihre Lungenentzündung als ein spirituelles Problem an, welches sich nur durch Gebete lösen lässt. Obwohl ich teilweise glaube, dass dies zutrifft, denke ich auch, dass wir mit den Wundern arbeiten müssen, die uns die Medizin bietet. Ich hoffe, Sie sehen, wie ernst die Lage ist, denn ich fühle mich persönlich verantwortlich für Sarah Lee und ihre Familie, die sehr fromm sind. Ich würde mich gerne nächste Woche mit Ihnen unterhalten und Ihren Standpunkt zu dieser Angelegenheit hören. Ich hoffe, Sie nehmen mir die Kontaktaufnahme nicht übel. Ich freue mich darauf, bald mit Ihnen zu sprechen. Hochachtungsvoll, Pastor Oliver Grant, Golgotha Zentrum für Christus, Las Vegas, Nevada. Das ist halt einfach fahrlässig, Digga. Das ist halt einfach fahrlässig. Fuck. Sie hat ein bisschen seriöses Forschung gemacht. Sie ist trotzdem naiv. Polizei sucht nach dem verdächtigen Sean und Daniel Diaz Schießerei in Seattle, löst Proteste aus. Okay, wir sollten nicht hier sein. Ja, ich weiß, ich muss mich noch umgucken. Nein, ich bin noch nicht bereit. Nein, 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 nein. Warte kurz. Ich glaube, dass es hier nichts wert ist, dass es hier ein Schaue ist. Warte, 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 Kollege. Wir machen sofort. Lass mich nur noch kurz den Laptop checken. Alles, was wir gegen Sie haben können. Ist sie eigentlich Angst vor mir? So, liebe Gemeindemitglieder, ich sende euch diese Nachricht als Warnung, dass unsere Kirche vielleicht einen gestörten Stalker hat, der behauptet, Daniels Bruder zu sein. Er ist ein mexikanischer Teenager mit nur einem Auge zwischen 16 und 18, der sich Sean nennt. Nehmt keinen Kontakt auf. Falls ihr ihn sehen solltet, ruft nicht die Polizei. Informiert mich oder Nicholas unverzüglich. Er darf nicht in Daniels Nähe oder die Nähe eines der Mitglieder unserer Kirche gelassen werden. Ich bete, dass ich euch nicht alarmiert habe, doch wir haben die Verantwortung, uns vor Bedrohung von außerhalb zu schützen. Ach so. Gesegnet seid ihr alle für euren Glauben, eure Liebe und eure Stärke, Pastorin Fischer. Better get Daniel out of here, before she gets too much attention. Daniel, Daniel in Akt, wie war Daniel oder so? Wow, Digga. Scheiße, wir müssen handeln, dringend. Gut, dass wir da nochmal reingeguckt haben. So, da haben wir alles gesehen. Hier ist nur noch meine Bibel, ein ganzer Kasson von der Bibel. Und, okay, wir hauen ab. Wir haben alles, oder? Wir gehen raus, wir gehen raus, wir gehen raus. Und immer schön vorsichtig sein, dass wir nicht erwischt werden. Look at that. Your mom is hardcore, Sean. Oh. Yeah. I guess she is. Was? Was macht sie? Now? I'll go get Sarah Lee, while you get Daniel. Then let's meet up at the car, okay? Alright. You be careful, okay? You too, Sean. Digga, sie ist wirklich hardcore. Hä? Sie übertreibt komplett Reno. Was ist denn da los? Crazy. Easy. Untertitelung des ZDF, 2020